Herzlich Willkommen zum zweiten Part von Storys Missionen. Im letzten Video habt ihr gesehen, sucht die grosse Jacht und jetzt das Ölfeld. Fahr mit einem beliebigen Landfahrzeug von Coastal Plains, südlich von Dallas zum Ölfeld, nordöstlich von Fort Storktown, sorry falls ich falsch gesprochen habe, westlich von Dallas. Kann ich euch auch zeigen wo, denn ich bin schon da. So, wenn wir rauszoomen, hier unten waren wir. Und dann fahrt ihr hier entlang, ihr müsst fahren, denn das hier ist die Aufgabe, hier schön durch. Hier nochmal die Karte gross, nehmen wir so einen grossen See, links davon, bei Big Bend, wo die viele Windräder sind, hier einfach zwischendrin in der Mitte hinfahren, genau in diesem Punkt wo ich jetzt hier bin, genau hier. Nicht hier hinten, sondern genau hier, weil hier zählt es nicht mehr, sondern genau hier. Auch nicht weiter vorne oder so, einfach hier. Und dann hat er das abgeschlossen und da können wir schon zum Part 3 gehen. Lasst gerne ein Like und Follow da. Bis zum nächsten Mal.